Untold Country Stories von und mit Karen McDon. Der Podcast für mehr Country-Music im deutschsprachigen Raum. Was wollen uns die Songwriter sagen? Und wie kriegen wir den Staub von der Country-Music bei uns? Alles das und noch viel mehr Geschichten rund um die Musik, die ich so liebe. Ja, ja, ja und somit herzlich willkommen bei einer neuen Folge Untold Country Stories von und mit Karen McDon. Mein Name ist Karen McDon und heute habe ich wieder einen Gast in meinem Podcast. Sie ist nicht nur seit 20 Jahren ein fixer Bestandteil der österreichischen Linedance-Szene und unterrichtet seit 13 Jahren europaweit als einzige österreichische Linedance-Trainerin, auch international. Nein, vor kurzem hat sie auch die erste Linedance-Schule Österreichs eröffnet. Die Rede ist von Lili Hollensteiner. Herzlich willkommen. Hallo Karen. Ich freue mich so, dass ich da sein darf. Nämlich heute bin ich ja ein bisschen bei dir zu Gast und du ein bisschen bei mir. Genau. In Holly's Barn. Darüber reden wir später noch. Die Hörer dürfen sich jetzt ein bisschen was ausmalen, was das ist. Zuerst einmal reden wir ein bisschen über dich. Du bist Linedance-Trainerin und Linedancerin. Somit erübrigt sich so ein bisschen die Frage, wo deine Affinität zur Country-Music auch herkommt. Aber erzähl einmal, wie bist du zu dem gekommen? War zuerst die Liebe zum Tanz da, zuerst die Liebe zur Musik? Erzähl ein bisschen, wie rennt das? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass mir die Musik oder die Musikliebhaberei in die Wiege gelegt worden ist. Und weil ich kann mich noch ganz genau erinnern, wir haben in Linz, also ich bin in Linz aufgewachsen. Und mein Vater hat da Bekannte gehabt, die eine Country-Band gehabt haben. Das waren die Eldorado, haben die geheißen, glaube ich. Aha, okay. Wie lange ist das her? Länger. Ein paar Wochen. Okay. Und ja, da so Songs wie Some Broken Hearts, Nevermind und so, mit solchen Sachen bin ich groß geworden. Und das hat mir dann Jahre später, habe ich mich einfach wohl gefühlt. Ich meine, ich habe da sicher, bin dann einmal ein wenig abgedriftet, sage ich einmal. Teenager-Jahre, Rock, Pop, was auch immer. Alles. Eigentlich habe ich alles. Ich meine, es muss angefallen. Ja, ja, ja. Es muss dich irgendwie berühren. Okay, und dann bist du irgendwie wieder einmal so in so Country-Music reingekippt und hast dir gedacht, ah, fühlt sich wie zu Hause an ein bisschen. Ja, durch Zufall hat mir eine Freundin zum Linz mitgenommen. Und dann haben wir gedacht, ja, voll cool. Und das war, glaube ich, 2005, glaube ich, habe ich da angefangen. Okay. Genau. Und seitdem hat es mich nicht mehr loslassen. Das verstehe ich. Also ich weiß auch nicht, das ist auch schon ein paar Wochen bei mir her, dass die Liebe zu Country-Music geweckt wurde. Und so wie du sagst, es gibt wenig anderes, wo ich mich so zu Hause fühle und so angekommen fühle wie bei dieser Art von Musik. Und ich höre auch querbeet sehr viel Rock'n'Roll, Elvis und so weiter. Aber Country ist halt so. Und das heißt, du hast vorher immer schon eine Begabung gehabt zum Tanzen. Ja. Ich habe eigentlich, also mit meiner Schwester früher in Kindheitstagen haben wir für Oma und Opa schon was einstudiert zu Madonna. Ah, wirklich? Ja, ja. Und dann später bin ich mal bei der Faschingsgarde gewesen. Like a fairy chain. Ja, genau. Ja, super. Genau. Nein, like a prayer war es, glaube ich. Prayer. Ja, genau. Prayer heißt es immer. Genau. Und dann später bin ich bei der Faschingsgarde dabei gewesen. Als Tanzmariechen? Ja, sagt man halt gerade Mädchen. Sagt gerade Mädchen, sagt man ganz. Okay. Genau. Und da habe ich mir halt auch dann gedacht, ja, ich weiß nicht, ich bin am spätesten eingestiegen, weil da müssen ja am 11.11. die ganzen Choreografien stehen. Und ich bin, glaube ich, im, weiß ich nicht, Oktober oder so eingestiegen und habe halt alles noch nachlernen müssen. Ja. Hat super funktioniert. Ja. Ja. Man sagt, okay, die kann was, die kalt man sich. Ja, genau. Die lassen wir auf jeden Fall im Team. Cool. Du bist aber nicht alleine unterwegs, wenn es um Linedance geht. Du hast irgendwann in deiner Karriere als Linedanceerin, oder war das schon vorher, einen Mann an deine Seite dir geholt, mit dem du auch liebst und ein Kind mit ihm hast, den Mario. Genau. Wie war das? War der schon vorher dabei? War der, ist der nachher? Dazu erzähl ein bisschen. Ja, nein, ganz witzig. Eigentlich haben wir sie über das Linedance kennengelernt. Okay. Also es hat früher jeder so seinen eigenen Verein gehabt und man hat sich halt dann zufällig getroffen. und ich habe beim ersten Mal, wie ich ihn gesehen habe, da hat er ausgeschaut, also es war ein Faschingsleinensparte. Er war also verkleidet als Zombie. Die haben dann zu Thriller einen Auftritt gemacht und ich habe ihn gesehen und habe gewusst, das ist er, den will ich haben. Obwohl er ein Zombie war? Ja. Ich habe eigentlich gar nicht gewusst, wie er wirklich ausschaut. Ob er schön ist oder nicht? War dir wurscht? Nein, war mir wurscht. Allein wie seine Körpersprache war, hat gereicht? Genau. Ah, wie lustig. Und Jahre später dann, ich habe ihn dann einmal angeschrieben, also ich bin ja da wirklich, also da bin ich sehr mutig, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Habe ihn angeschrieben und irgendwo hat er dann gewusst, dass ich auf dem Fest bin und er hat mich dann gesucht. Okay. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen, man hat sich dann ab und zu immer getroffen zum Tanzen und ja, wie das halt dann so seinen Lauf genommen hat. Da wusste er aber immer noch nicht, dass du eigentlich schon ewig lange ihn ausgesucht hast. Nein, nein. Ja, wirklich. Das ist so witzig. Ich bin ja auch schon ein paar Wochen alt und mir hat, wie ich recht jung war und schwer verliebt und sehr traurig, weil es einfach eine unglückliche Liebe war, hat mir ein damals 60-jähriger Mann gesagt, der für mich so ein bisschen ein Opa-Vater-Typ war, der hat zu mir gesagt, weißt du, die Frau sucht aus. Der Mann kann tun, was er will, die Frau sucht aus. Das stimmt. Und in dem Fall, glaube ich, ist das wirklich total bestätigt. Lustig. Und er wusste nichts von seinem Glück. Und dann irgendwann hat er es überrissen. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ja, jetzt gebe ich es auf, weil, ich meine, er hat auch eine Freundin gehabt und so. Ah, okay. Und irgendwie hat dann er angefangen. Und dann war das für mich klar. Okay. Ja. Muss so sein. Ja. So, und das ist der Mario. Und gemeinsam seid ihr The Travelers. Genau. Und da möchte ich jetzt gerne wissen, warum ihr euch The Travelers nehmt. Ja, weil wir dann, also wir sind im Oktober 2012 zusammengekommen und da hat es eigentlich begonnen, dass wir viel gereist sind mit Linedance und einfach Auftritte und Workshops gegeben haben rundherum mit Eigenchoreografien auch teilweise. Also eigentlich immer. Und durch das, dass wir immer so viel gereist sind, eben The Travelers. Oh, okay. Daher kommt es, weil es unterwegs war. Und das heißt, es gibt euch nur im Doppelpack oder du darfst auch alleine mal wegfahren und unterrichten? Ja, momentan, also seit vier, fast fünf Jahren ist es eben so, dass es nicht mehr so leicht geht, dass wir beide gemeinsam unterwegs sind. Aber ich glaube, wir haben da eine gute Mischung gefunden, dass er jedermal fort ist. Und es ist auch beim Mario so, dass es ihn momentan nicht mehr so gefreut, wie es mich gefreut. Ich meine, er ist trotzdem 13 Jahre öde. Und da sagt er mir noch vor, passt, ich bleibe daheim. Da machen die zwei Männer eine Männerpartie. Das ist auch sehr wichtig. Und dann haben wir die Füße auf den Couchtisch und das Popcorn auf die Couch. Und das kenne ich, kenne ich ja. Mein Partner hat auch einen Sohn und das ist auch immer so, wenn er da ist und ich nicht da bin, weil ich zum Beispiel einen Auftritt habe. Dann wird auch Männerpartie. Männerpartie. Alkohol gibt es noch keinen, aber alles andere. Auch bei uns auch nicht. Die Brösel auf der Couch entdecke ich trotzdem am nächsten Tag. Man weiß dann, was ich gemacht habe. Genau. Okay, und jetzt, und damit kommen wir zum Anfang ein bisschen zurück, habt ihr miteinander euch einen Traum erfüllt? Und zwar Hollis Barn. Genau. Was ist das? Hollis Barn, also eigentlich ist es meine Idee gewesen. Ich wollte einfach, also ich habe mich immer irgendwo eingemietet, wo ich Leidenskurs gegeben habe. Wo du unterrichtet hast. Genau, genau. Und es war aber immer so, dass irgendwo wieder ein Ende bevorgestanden ist, weil einfach sie haben den Raum umgebaut oder keine Ahnung. Es ist Corona dazwischengekommen, ist egal. Und jetzt habe ich mir gedacht, nein, ich miete jetzt selber was und dann mache ich es gescheit. Also dann mache ich einfach einen Platz, wo sich jeder wohlfühlt. Und der Mario, also er braucht, also ich bin meistens immer der, der was sagt, was ich da möchte oder beziehungsweise wo halt die Reise hingeht. Und der Mario unterstützt mich dann zu 100 Prozent beim Verwirklichen. Beim Umsetzen sozusagen. Genau, genau. Und jetzt sitzen wir in Hollis Barn. Also es ist eigentlich, nicht nur eigentlich, es ist ein Tanzsaal. Ich möchte es ein bisschen beschreiben. Es gibt eine kleine Bühne, wo man dann als Teacher oben steht. Genau. Vielleicht auch einmal für ein Konzert. Genau. Wenn dann vielleicht einmal jemand zu Gast ist und Livemusik machen möchte. Und dann sind ja so coole Palettenmöbel und Strohballen mit Scharffeld drauf. Alles extrem ästhetisch. Boots stehen überall herum auf den Palettenmöbeln in allen Größen. Also ich nehme an vom Sohn, die sind schon ein bisschen rausgewachsen und so. Kleine Wagenräder, also extrem liebevoll hergerichtet. Das ist so quasi die Ecke, wo man sich dann, wenn man kurz einmal durchschnaufen will, hinsetzen möchte. Dann gibt es, so wie in jeder Tanzschule, einen Spiegel, was großartig ist. Weil es ist auch, ich habe ja selber Tanz studiert, es ist sehr, sehr wichtig, dass man sich selber sieht auch. Und dass man seine Fehler sieht. Und sieht, okay, weil es der Lehrer so vormacht, heißt das nicht, dass ich es genauso nachmache. Also das hast du dir alles tatsächlich so gebaut oder installiert, dass du professionell gut und leicht unterrichten kannst. Genau. Wie lange habt ihr es gebraucht, bis ihr da fertig wart? Naja, wir haben eigentlich erst im Juni den Schlüssel bekommen. Dieses Jahr? Mhm. Okay. Und wir haben dann eigentlich einmal Zeit nichts getan, weil dann ist es im Sommer gewesen, dann hat es niemanden gefreut. Und ich habe woanders noch Kurse gegeben und die Zeit ist einfach begrenzt, wenn du berufstätig bist dann noch. Und ja, im August ist dann ein bisschen traurig geworden, weil am 1. September habe ich gesagt, sperre ich auf, da kann es heuer was will. Da habe ich eine Eröffnung und dann gehen die Kurse da los. Wahnsinn, wenn man eine Deadline hat, dann geht sich ja auch immer alles aus, oder? Cool. Man braucht das, ich bin auch so, ich kann auch nicht so dahin. Ich brauche dann auch irgendwann so eine Deadline und dann geht es auf einmal, plötzlich. Und dann ist es 11 in der Nacht und man malert immer noch, oder? Genau. Keine Ahnung. Du hast gerade gesagt, du bist berufstätig. Das heißt, das ist nicht dein Hauptjob? Nein, das ist mein Hobby. Das machst du nebenbei? Ja. Und war das jemals eine Überlegung, dass du dich damit selbstständig machst? Nein. Ist das möglich überhaupt? Ich meine, es wird bestimmt möglich sein, aber ich möchte es gar nicht, weil ich will einfach meine Freude am Tanzen und am Unterrichten, möchte ich mir behalten. Weil wenn du jetzt dann das machen musst, weil du da halt gewisse Zahlungen abwickeln musst, dann ist es vielleicht mal irgendwann nicht mehr lustig. Und dann mache ich es nicht mehr so gern, wie was ich jetzt mache. Also ich möchte eigentlich immer, dass das mein Hobby bleibt. Okay, ein Commitment. Also das ist auf jeden Fall eine Aussage, wo man sagt, okay, wenn es sich ausgeht in der Arbeit, ist es natürlich super. Holice Ballen befindet sich in Gmunden. Da machen wir jetzt ein bisschen Werbung. Du hast aufgesperrt am 1. September 2023 und freust dich über ganz viel Zulauf, nehme ich an. Wer darf denn zu dir kommen? Groß, klein, alt, jung, Mann, Frau? Jeder, der tanzen möchte, der Countrymusik liebt. Weil für mich gibt es halt schon, also weil ein Line-Dance ist natürlich auch breit gefächert, aber ich sage auch immer speziell dazu Country-Line-Dance. Okay. Weil ja jeden Tag, wenn ich da auf dem Podest stehe mit Stiefeln und Hut, also für mich gehört das einfach zum Line-Dance dazu und das muss sich jeder bewusst sein, dass ich keinen Modern anbitte oder so mit Popmusik. Aber ja, dann ist ja jeder herzlich willkommen. Also Country-Music muss es auf jeden Fall sein. Das macht natürlich mich sehr glücklich als Country-Sängerin. Für die, die jetzt sich mit Country-Music gar nicht auskennen oder das ganze Thema gar nicht kennen, ich möchte ja diesen Podcast vorwiegend für diese Leute machen, um mehr Leute in die Country-Musik zu bekommen. Ja, schön. Das ist eigentlich das Ziel. Und den Stab ein bisschen runter zu bekommen von diesem 80er-Jahre-Country oder 60er-Jahre teilweise, den wir halt hier in Österreich gerne im Radio hören. Was ist Line-Dance eigentlich? Kannst du es kurz erzählen, ein Bild zeichnen für uns? Ja, wir lernen es eigentlich, egal jetzt was für Musik, man tanzt in einer Linie und eine gewisse Schrittfolge ab. Okay. Und wenn die Schrittfolge fertig ist, schaut man meistens in eine andere Richtung und fängt mit der Schrittfolge wieder von vorne an. Okay. Genau. Und dementsprechend gibt es natürlich Anfänger-Tänze und dann gibt es halt richtig schnelle und auf-Zack-Tänze. Okay, 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 fetzige sozusagen. Aha. Ich, das ist ein bisschen out of the box, aber ich bin ja der Meinung, wenn die österreichische Fußball-Nationalmannschaft sich beim Line-Dance so ein bisschen anhalten würde, hätten die die Viererkette drauf, oder? Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich finde, die sollten alle mal zu Hollis-Barn kommen. Ja, genau. Ein paar Stunden bei dir nehmen. Sehr gerne. Damit sie in der Linie bleiben, oder? Siehst du das? Ich habe diese Theorie schon seit sehr lange. Ich habe noch nicht geschafft, bei einem Profifußballer darüber zu sprechen, vom Nationalteam, aber vielleicht schaffe ich das noch in meinem Podcast irgendwo. Ja, genau. Vielleicht bin ich einen Country-Fan unter den Fußballern. Bestimmt. Und dann werde ich ihm sagen, es gibt Hollis-Barn, lernst die Viererkette dort. Aber da gibt es jetzt keine Regeln mit, wie viele Leute da in der Line sind, oder wie groß die Tanzfläche sein darf, muss, oder so. Das ist ganz unterschiedlich. Also es ist halt immer, wie viel Platz, das man hat, so viel kann man sich hinstellen. Also es ist halt normalerweise bei uns in Österreich, bei den Festlichkeiten oder bei den Country-Festern, da ist wenig Platz. Weil immer die Tanzfläche ist sowieso immer zu klein, und du hast nicht einmal einen Quadratmeter zum Tanzen. Pro Person quasi. Genau, genau. Also ich lerne das immer schon, eigentlich kleine Schritte zu machen, weil wenn man wo hingeht, tanzen auf die Feste. Gerade im ländlichen Bereich gibt es ja auch noch ein paar Tänzer, die halt jetzt einmal vielleicht auf einem Country-Fest sind, die wissen ja nicht, dass es ein System gibt beim Line-Dance. Also wenn man so ein bisschen gegenseitig aufpasst wäre das. Ja, gerade diese Woche habe ich mir vorgenommen, dass ich die Tanz-Etikette, also die Line-Dance-Etikette durchspricht. Also gibt es wirklich eine Regeln? Aha. Dass praktisch die Paar-Dänzer sollen ja außen rundherum sein und die Line-Dance in der Mitte. Okay, das wissen halt dann natürlich so normale Besucher nicht, dass es das gibt. Nein, wahrscheinlich nicht. Aber je mehr Line-Dance-Etikette wissen, desto mehr ist die Möglichkeit da, dass es hinausgetragen wird in die Welt, oder? Genau. Cool. Du bist seit 13 Jahren Teacherin, aber nicht nur in Österreich, du bist auch im Ausland, vorwiegend im europäischen Ausland. Gibt es einen Unterschied vom Zugang zu Country-Music im Ausland vergleichbar mit Österreich oder vergleichsweise zu Österreich? Wie sind die drauf? Sind die anders drauf, als wir Österreicher beim Tanzen oder erzähl einmal ein bisschen? Ja, umso höher, also umso nördlicher das wird, umso kühler sind die Leute. Okay. Wir wollen jetzt niemanden beleidigen, aber das ist eine Warnung. Ja, ja. Die sind zum Beispiel in Dänemark, die sind irrsinnig nett gewesen, aber halt beim Workshop hat man keine Resonanz bekommen von den Leuten und dann ist man als Teacher natürlich komplett irritiert, ob es passt hat oder ob auch jeder Mitkomman ist. Wenn man umso südlicher das kommt, zum Beispiel Spanien, ich liebe Spanien, ich liebe Spanien, da, die sind ein Wahnsinn. Feuer. Ja, voll. Also wirklich. Funken im Popsch und geht schon. Ja, voll. Voll. Also ich liebe sie. Und das zum Beispiel der späteste Workshop, was wir gegeben haben, war um halb zwei in der Früh. Und das auf Spanisch? Da schlafe ich schon. Ja. Also ich spiele. Auf Spanisch? Mhm. Kannst du Spanisch? Nein. Um Gottes Willen. Nein, ich habe das über eine App gelernt. Spanisch? Ja. Ja. Okay. Aber halt, ja, ich meine, da hat man sich auch zusammengekriegt, wie sagt man das richtig, dass die das richtig verstehen können, gell? Und die Leitheitsschritte sind ja in Englisch. Okay. Also das versteht dann auch jeder. Das sollte eigentlich dann jeder können. Da gibt es quasi auch keine Doppelbenamtssungen, oder? Also ich kenne es noch vom Ballett. Da ist es oft so, dass wenn jemand russisches Ballett oder amerikanisches Ballett, da sind schon, und auch Italien hat eigene Ausdrücke oft. Da haben wir wohl eigentlich alles französisch sein sollte, aber ist nicht so. Und das ist beim Leitanz gar nicht so. Das heißt, ein Coaster-Step wird immer verstanden. Ich meine, es steht und fällt halt mit dem Trainer. Okay. Weil wir haben ja das nicht richtig erklärt, wie kann das dann der Leitanz wissen. Okay. Aber es ist eben auch bei den Tanzbeschreibungen, da ist die erste Zeile immer auf Englisch, weil eben die Leitenschritte auf Englisch sind. Mhm. Und egal, welche Sprache das Tanzblatt dann hat, aber die erste Zeile von der Sektion, so nennt man das, weil das ist ja immer in Sektionen aufgeteilt. In ochter Schritte praktisch. Okay. Genau. So wie beim Sänger ist es die erste Strophe, dann kommt der Refrain, dann kommt die zweite Strophe, dann kommt nochmal der Refrain, dann gibt es vielleicht der Bridge und dann, keine Ahnung, geht es hinaus. Ja, da sind wir ja zum Beispiel auch dabei, die Bridge. Mhm. Die Leitdänzer von früher, sage ich jetzt einmal, die haben ja, wenn man sich zum Beispiel in Ecco-Breaky-Heart anhört, der hat ja mehr wie, also der Schritt, also der Tanz, denn was wir in Österreich tanzen ist, der Elektriksleiter hat 18 Schritte. Mhm. Und irgendwann passt ja die Schrittfolge eigentlich überhaupt nicht mehr mit dem Lied zusammen. Ja. Und das hat man halt früher so tanzt, dass man das einfach stur runter tanzt hat. Mhm. Und jetzt kommen natürlich die Leute her, also die Choreografen und bauen da eine Bridge ein und einen Restart und die Leitdänzer beschweren sich dann oft, dass das zu schwierig ist für denen. Kompliziert. Aber es passt einfach dann zu der Musik. Mhm. Weil immer, wenn jetzt zum Beispiel der Refrain kommt, weiß man, was man zum Tieren hat. Mhm. Mhm. Aber ich glaube, dass das auch vermutlich mit Musikverständnis zu tun hat, also dass das prinzipiell wurscht ist, weil denen das nicht auffällt, die wollen einfach die Schritte runterkurbeln. Genau. Glaube ich. Mhm. Und dabei gut sein. Mhm. Und dann würde sie das nur verwirren und deswegen, warum einen einfachen Schritt komplex machen, nehme ich an. Mhm. Aber gerade Ecco-Breaky-Heart, ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube, er hat auch nur zwei Akkorde. Also es dürfte generell ein sehr, sehr einfacher Song sein. Mhm. Mhm. Es gibt auch nicht wirklich eine Bridge, es gibt nur diese, wie ein Stop quasi, wie so eine Unterbrechung. Billy Ray Cyrus für alle, die nachhören wollen, aber das ist, glaube ich, eher einer der Songs, den nicht Country-Erfinden Menschen versagt. Mhm. Genau. Billy Ray Cyrus' Eiky-Breaky-Heart. Ein Song, den ich nicht spiele. Ich spiele ihn nicht. Danke. Danke. Nein, weil ich gesagt habe, das machen eh alle anderen und ich möchte nicht machen, was alle machen. Ja, das stimmt. Das ist so ein bisschen meine Auflage. Und das ist ja auch so ein bisschen deine Auflage, weil du tanzt ja nicht normalen Line-Dance. Wir haben es, glaube ich, jetzt eh schon ein bisschen vorher angeschnitten. Du tanzt Catalan-Line-Dance. Und das ist ein eigener Stil, der woher kommt? Ja, also man sagt halt von Katalonia natürlich, also von die Spanier, ist impulsiver, sage ich jetzt einmal, wie ein normaler Line-Dance. Und vielleicht auch ein bisschen herausfordernder, weil gerade, wie wir zuerst geredet haben, eben die Brücke und Restart, da sind teilweise auch die Tänze gephrased, das heißt, es gibt ein A-Teil zum Beispiel für die Strophe, ein B-Teil ist dann wieder ein bisschen aufwendiger für den Refrain. Und das macht einfach das aus, weil das, also meine persönliche Meinung ist natürlich, die Tänze passen viel besser zu der Musik, weil die ja richtig hinchoreografiert sind auf das Lied. Und das ist halt beim normalen Line-Dance, sage ich einmal, also das, was aber auch ich in meinen Kurs und Dricht Klassiker, genauso wie Ecke, Breaky, Hard und solche Sachen, weil das einfach auch die Leute kennen müssen. Und, aber es ist einfach, wenn ich das andere, also wenn ich das Catalan nicht hätte, weiß ich nicht, ob mich das noch so gefreut hat, das Line-Dance. Okay, okay. Ich von außen kann nur sagen, es ist, es schaut viel, es ist viel mehr Sprünge drinnen, es ist viel, viel billiger, sage ich jetzt einmal. Viel mehr Drehungen und was ja total arg ist, ihr habt die ganze Zeit diese spitzen Kaubestiefel an und Hütte auf, was natürlich für die Knie und für alles schon herausfordernd ist, wenn man mit solchen, die sind ja auch schwer, die Kaubestiefel, die haben alleine mittlerweile Dein-Snickers an oder eben Schläppchen oder so, das macht sie ja nicht, da zieht sich das Programm voll durch, also acht Stunden mit den Kaubestiefeln. Teilweise für drei Tage. Ein Wahnsinn und dann kann man nachher noch gehen. Ja, wenn du vorstellst auf und dann denkst du, du hast Nageln in die Füße oder so, aber nein. Okay, okay. Und das ist ja auch, was uns verbindet ein bisschen, Catalan, weil ich habe 2009 einen Song aufgenommen, den nennt sich Cajun Hoedown, das war meine erste Single oder eine meiner ersten Singles, geschrieben von Ron Reed Gardner, ein Amerikaner übrigens, der in Deutschland lebt schon sehr lange und ein bekannter Line-Dance-Teacher, Trainer, Choreograf hat diesen Song gefunden im Internet über Amazon und hat darauf einen Catalan-Line-Dance gemacht und dadurch ging dieser Song für mich als Interpret durch die Decke, weil plötzlich hatte ich Streams oder Downloads, damals gab es auch noch keine Streams, sondern Downloads auf der ganzen Welt tatsächlich. Ich war sogar Downloads, Charts, iTunes, Single Country in Litauen auf Platz 2 zwischen Don Hanley und Johnny Cash. Also das würde mir nie wieder in meinem Leben vermutlich passieren, habe ich mir gedacht. Wie geht das? Und das liegt nur am Line-Dance. Also Catalan oder generell Line-Dance, aber in dem Fall, wir reden über Catalan, verbindet schon die Menschen weltweit, oder? Mhm, schon. Ja, ich würde auch sagen, das macht Line-Dance auch. Ja. Also Line-Dance oder Catalan, einfach der Tanz und man sucht sich halt aus, was einem gefällt. Und natürlich, ich meine, der Adriano hat da den Firestorm choreografiert und der macht eben auch immer in Vogera, hat das früher gemacht, jetzt hat er leider aufgehört mit Vogera, aber da war eben in Italien, das United Countries, wo halt teilweise bis zu 600 Tänzer einen Tanz getanzt haben mit weißem Hut, Stiefeln, Jeans, so wie es halt für mich persönlich, ich würde jetzt nirgends ins Ding, für mich gehört und das ist ein Gänsehaut-Feeling und wenn du da mal dabei gewesen bist, beziehungsweise wenn du das Video siehst mit Firestorm, ich glaube, da waren es vielleicht jetzt 300 Leute, aber das ist Wahnsinn. Und Firestorm, jetzt muss ich das kurz sagen, weil du es nur Firestorm sagte, ich habe Cajun Hold'em gesagt, der Song heißt Cajun Hold'em, der Tanz dazu heißt Firestorm und egal wohin ich komme, überall in Europa kennen die Leute den Firestorm, aber nicht Cajun Hold'em. Sie wissen auch nicht, dass es dasselbe ist und sie wissen auch nicht, dass ich die Sängerin dazu bin. Ja, das muss jetzt aber auch aus Verteidigung. Nein, überhaupt nicht, aber ich finde es eher bitter, rede, erzähl mir das. Nein, weil man möchte nicht den Musiker beleidigen oder weiß ich nicht, irgendwie, ich meine ich finde es schlimm, so wie wir heute schon privat geredet haben, dass einer den Song kürzt. Also das geht für mich gar nicht. Aber jetzt zum Beispiel einen anderen Namen, weil man bindet ja, also wie halt der Musiker, der den Song aufgenommen hat, verbindet ja was mit der Musik. Der Songreiter hat sich was gedacht. Genau, genau. Und so auch der Tänzer, beziehungsweise der Choreograf. Ich weiß jetzt zwar nicht, was Firestorm für einen Ursprung hat, aber... Weil es kommt auch im Text null vor. Also das Wort Firestorm existiert nicht, überhaupt nicht in dem Lied. Und ich habe mich immer schon gefragt, ich meine, ich habe den Adriano ja getroffen, ich habe ihn, glaube ich, damals nicht gefragt, warum. Weil sein Italienisch ist super, sein Englisch war damals sehr schlecht, mein Italienisch ist mittlerweile sehr schlecht, ich konnte mal Italienisch. Es war ein bisschen ein Sprachproblem. Aber wenn wir uns irgendwann wieder sehen, werde ich ihn das fragen, warum. Gerade das Wort Firestorm. Ich meine, es sagt ja was aus. Es ist ja feurig, es ist ja mächtig. Und Cajun Hoedown sagt aber auch viel aus, weil Cajun, eine Cajun-Musik, das ist eine Volksgruppe, die Cajun-Leute in den Südstaaten. Angefangen, wenn man zurückgeht in die Geschichte, sind wir sogar in Kanada auch angesiedelt. Die sind dann über den Fluss hinuntergekommen in den Süden. Diese Cajun-Leute, das kommt aus dem Französischen, würde jetzt zu weit führen. Vielleicht sollte ich mal eine Sendung nur über Cajun Hoedown machen. Und hier kennt man das eigentlich gar nicht. Was ist ein Cajun Hoedown? Das ist einfach eine Zusammenkunft, ein Familienfest, wo auch viele Freunde kommen, wo einfach mit Zierharmonika und Feuer und dann gibt es einen Eintopf und getanzt, wildes Getanze bis in die Nacht hinein. Das ist ein Cajun Hoedown. Habe ich zum Beispiel auch nicht gewusst. Ja, siehst du. Und die tanzen aber seit 2013. Also zehn Jahre tanze ich den Tanz. Und auch das Lied ist mal geläufig. Ja, ja. Also da geht es einfach darum, dass jeder was mitbringt. So wie ein bisschen Barbecue of the Art, aber eben sehr Southern, sehr südstaatlich. Die Cajun-Leute haben auch so ein bisschen mulattischen Einschlag, also sind oft Mischlinge, kommen auch ein bisschen aus der Karibik rauf. Also es ist wirklich ein Mischkulant und interessant, wenn man sich einmal darüber schlau macht, weil das Wort Cajun ist für uns überhaupt nicht gebräuchlich. Gar nicht. Viele Songtitel sind, verstehst du, aber ich war das Erste, was ich gemacht habe, wie der Song mir vorgeschlagen wurde, weil ich mir gegoogelt und was geht es da, was heißt das überhaupt? Oder habe es mir dann eben von den Amerikanern erklären lassen, weil das ja ein Lifestyle ist, ein Feeling ist und einfach, das ist ja wirklich ein Fun-Song. Also da geht es ja wirklich um Feelgut, um Tanzen, um Spaß und Party und deswegen finde ich es sehr gelungen, wie der Tanz choreografiert ist. Ich muss dazu sagen, ich habe ihn bis heute nicht gelernt, aber ich bin auch mit dem Text beschäftigt, es ist auch viel Texte. Und wie wir vorher gerade gesagt haben, dieses Beschneiden des Songwriters quasi, indem man den Song umbenennt und dem Tanz einen Namen gibt, das habe ich schon öfter mir gedacht, warum macht man das? Aber das hat natürlich auch recht, wenn der Choreograf... Also wenn ich das mache, ich mache es nicht, weil ich es irgendwen fleißte oder so, aber eben teilweise macht man den Tanz für irgendwen, weil wer Geburtstag hat oder weil man dort eingeladen ist, auf Workshop oder so zum Beispiel. Oder wie findest du dann die Namen? Ja, also ich tue mir dann meistens auch eben den Songtext anschauen, wenn man da irgendein Lied jetzt oder irgendein... Also ich schaue immer, dass es so kurz wie möglich ist natürlich, weil sie das Leute auch einfach leichter merken können. Aber wenn mir da was gefällt, dann wähle ich das oder eben, wie gesagt, für irgendeinen Zweck natürlich. Okay. Aber ich habe jetzt auch deine Sicht da voll interessant gefunden, weil ich werde mich jetzt in nächster Zeit, wenn ich was choreografiere, werde mich bemühen, dass ich den Sänger vielleicht nicht, wie soll ich sagen, beleidigt, ich meine beleidigt eh nicht, aber du weißt ja, was ich meine, oder? Ja, 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 dass man ihn noch ein bisschen mehr wahrnimmt einfach und sagt, okay, was will er damit ausdrücken? Wie gut bist du in Englisch? Naja, also ich komme durch, sage ich einmal. Okay, das heißt, wenn du einen Song aussuchst zum Choreografieren, sagen wir, es ist jetzt keine Auftragsarbeit, sondern du sagst, ah cool, der taugt mir, gehst du dann eher auf den Text oder gehst du eher auf die Musik? Also ich bin eher der Musiktyp, obwohl mich der Text auch sehr interessiert. Aber normalerweise gehe ich meistens zuerst einmal aufs Gehör. Für mich muss ein Song fröhlich sein, muss einfach mein ganzes Wesen ein bisschen widerspiegeln, also ich mag keine Lieder, die was recht, ich meine, ich mag auch traurige Lieder, aber ich bin halt eher so happy, so funny und happy und ja, dann fröhliche Lieder schlage. Also nehme ich meistens eher zum Choreografieren, ich meine, wir sind schon einmal, nein, angeprangert, will ich jetzt nicht sagen, aber uns hat schon einmal wer geschrieben, dass wir immer so, wie heißt es, Ballermann-Lieder nehmen zum Choreografieren, ich meine, es sind alles Country-Lieder eigentlich, hauptsächlich. Aber halt poppiger, rockiger. Ja, und ich denke mir, es ist alles Geschmackssache. Ja, ich glaube, wenn ich mir den Stil auch anschaue, Katalin, passt auch gar nicht so zu Balladen, oder? Nein, schon, wir haben auch schon langsame Lieder. Wirklich? Ja, okay, ich kenne nur die Schnellen, also die, die wirklich Pfeffer im Popschitz sind. Können aber die langsamen sein, weil einen Takt hast du ja zum Beispiel trotzdem einen schnelleren, sage ich jetzt einmal, weil da haben wir eins, der She Knows zum Beispiel, heißt der Tanz von uns und das ist auch ein vollgemütliches Lied, meint man, aber wenn du das zählst, ist das eigentlich schneller und da bist du natürlich dann, also wie wir da den Workshop zum Beispiel vor kurzem gegeben haben, da sind die Leute überrascht, was eigentlich da für Schritt kommen. So viele Schritte zu so wenig Musik. Ja, genau. Denkt man sich. Ja, okay. Was man auch jetzt bedenken muss als Choreograf. Und Tanzbar soll es auch noch sein. Genau. Also nicht zu komplex. Was ist für dich das Coole an der Country Music? Das, wo du sagst, das hat mich, ist es die Instrumentierung, ist es die Stimmfarbe der Sänger, weil es ist ja eine eigene Art zu singen. Wo würdest du sagen, wo ist die Faszination, warum findest du es cool einfach? Also als erstes Mal, wenn ein Benjo vorkommt, haben sie mich schon. Also ich liebe Benjo und es ist auch, ja einfach, es ist trotzdem meine eigene Art Musik. Da wird sich mein Steve freuen, weil da ist ein Benjo-Spieler. Ja, sag einmal schön, groß für mich. Sag ich, sag ich. Und ja, also für mich, wie ich heute am Anfang schon gesagt habe, das ist für mich ein bisschen Kindheitserinnerung. Weiß nicht, und das wirkt es bei mir immer. Genau. Aber die ist unterbrochen. Benjo, was war das andere, was du gesagt hast? Die Instrumentierung sonst noch? Nein, Benjo ist einmal vorrangig. Und meine Gitarre, also eigentlich kommt das komplett drauf an. Ja, ich kann das jetzt gar nicht so sagen, aber das Benjo hat halt typisch einen Klang, den, was du außerhörst, sag ich jetzt einmal, den, was auch jeder gleich wahrnimmt. Und das ist für mich gleich, ja, das passt. Wenn du auf die Suche gehst nach neuer Musik, dann ist es ja so, dass du eigentlich vermutlich dich vor den Computer setzt und einmal schaust, okay, was gibt es da Neues? Oder hast du Streaming-Plattformen, die dich einfach bespaßen? Weil, also ich bin nicht der Streamer, muss ich sagen, ich bin tatsächlich der Mensch, der sich hinsetzt und wenn ich das Gefühl habe, der Songtext oder der Songtitel spricht mich an, dann klicke ich drauf. Ist das bei dir auch so, oder? Ja, sowohl als auch. Also für mich gibt es auch, ich tue recht gerne YouTube hören. Und, äh, wie du sagst, wenn mir ein Songtitel anspricht, dann höre ich einen. Weil, wenn er mich nicht anspricht, kann ein wunderbarer Song sein, aber. Hätte dich Cajun Ho dann angesprochen? Schon, schon, weil Cajun Moon gibt es auch, ein ganz ein altes Lied und das hätte ich vielleicht mit denen, also das, was mir persönlich gut gefällt, das hätte ich assoziiert und hätte mir das wahrscheinlich angehört, ja. Ah, den kenne ich, glaube ich, gar nicht den Song, muss ich mal schauen, dass ich ihn Also ich bin ein schlechter Sänger, sonst hätte ich das jetzt vorgesungen. Schade, schade. Wir wollen alle von mir, dass ich vorsing. Ja, muss ich mal einen einladen, der für mich singt. Okay, also das heißt, du gehst tatsächlich über, ähm, übers Visuelle, also einmal über den Namen vielleicht auch, dann hat man ja manchmal so ein Cover dabei, so ein Blatt und Cover, wo man sagt, ach, das interessiert mich jetzt. Oder hast du einen speziellen Sänger, eine spezielle Sängerin, wo du sagst, ah, die hat was Nächstes rausgebracht, da ist sicher, da ist sicher was dabei, was mir taugt. Gibt es das auch? Ja, gibt es auch. Also ich meine, ich liebe Marshall Dane. Okay. Das ist ein Kanadier, den hätte ich sogar mal nach Österreich geholt, aber leider ist dann nichts geworden. Aber der hat auch einfach, ich meine, sein ganzer Stil hat sich jetzt die letzten paar Jahre ein wenig verändert, was mir persönlich nicht mehr so zusagt, aber ganz am Anfang, wie er angefangen hat. Das waren Lieder, da hat mir eigentlich auch jedes gefallen, wo ich mir gedacht habe, da kann ich den Tanzen zuschreiben. Okay. Genau. Und bei mir daheim läuft eigentlich immer Internet, Radio, Country. Ja, okay. Außer der Simon wünscht sich bei der Alexa was anderes. Also mit dem Alter kann er das schon sagen, Alexa, spiel mir alle meine Entchen. Genau. Und die Mama versucht einen Tanz drauf zu machen. Genau. Okay. Also das heißt, du hast schon deine Lieblingssänger. Gibt es eine weibliche Interpretin auch, die du sagst, ah, die hat mich im Moment sehr. Ja, deine Lieder habe ich mir gesagt gehört. Also das imponiert mir voll. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, du bist mir immer ein wenig, nein, weiß ich nicht, da habe ich dich nicht so am Schirm gekommen. Durchgerutscht. Ja, schon irgendwie. Hast du gewusst, dass ich die Sängerin von Cajun Hold'em bin? Ja, weil 2013, da war ja das in Neudörfel. Ja, wo ich den Adriano das erste Mal gesehen habe. Genau, genau. Ja, das habe ich schon am Schirm gehabt. Aha, okay, ja lustig. Aber dann irgendwie, weiß ich nicht, ja, wenn man sich das nicht gleich mal zu behält. Und ich habe mir jetzt da eben die ganzen Lieder gekauft über iTunes. Dankeschön. Von iTunes Store. Genau. Und ja, ich werde mir das jetzt alles durchhaken und mir gefallen voll viele Lieder. Also ehrlich. Es ist sehr balladenlastig, wirst du bemerken. Aber es gibt ein, zwei fetzigere Nummern auch drinnen, ob es für Katalin passt. Ich bin gespannt. Überrasche mich gerne und wir treffen uns in einem halben Jahr und sagst, okay, dann tanz auf deinen Song. Ich muss auch dazu sagen, ich oder wir als Interpreten, bin ja in dem Fall auch nicht mal Urheber, ich habe den Song ja nicht geschrieben. Wir sind schon sehr, sehr dankbar, dass durch so etwas der Song so marschiert. Weil ich habe unlängst mit einem Musikerkollegen gesprochen, der hat meine Streaming-Zahlen sich angeschaut und hat gesagt, Cajun Hot on 98.000 auf Spotify als Österreicherin, Country, Hut ab. Also das ist schon was. Und wir sind da auch dankbar, auch die Songwriter, also der Ron Reed Gardner, der den Song geschrieben hat, ist auch extrem dankbar für das. Also wir sind, da muss ich schon sagen, bei oft hat man so ein bisschen das Gefühl, die Bands und die Tänzer, das funktioniert nicht immer ganz. Ich verstehe ja teilweise. Es kommt natürlich zu Kontroversen, weil wenn du einfach deine Setliste hast oder deine, keine Ahnung, Vorstellung hast von wie du als Band klingen möchtest und dann kommt halt jemand und möchte irgendein Lied hören und du kannst das halt nicht und du wirst es auch nie lernen, weil es einfach für dich nicht ins Konzept passt, kann es natürlich sein, dass der Tänzer nicht mehr zu deinem Konzert kommt und dass man dann so quasi die Nachrede hat, in Leihendänzkreisen zu der Band brauchst du gar nicht gehen, weil die spielen eh nur Chars oder nur weil es halt nicht das Programm ist, was mit dem CD-Spieler daheim halt eh spielen könnte. Dann solltest du daheim bleiben, oder? Also das sage ich natürlich immer nicht, aber ich denke mir, wenn ich, ich war aber immer so als Kind schon, wenn ich wo Live-Musik gesehen habe, dann bin ich an den Lippen vom Sänger gehangen und an den Fingern vom Gitarristen und am Kontrapassisten, wie er sich da aufgehört, das war für mich total spannend. Und ich habe getanzt, also ich habe beides gemacht, dadurch, dass ich tanzt studiert habe, ich bin ja eigentlich eine gute Tänzerin, aber für mich hat das eine oder das andere nicht ausgeschlossen. Und oft ist es schon so, wenn du oben stehst und dann ist der Song fertig und du denkst, ja gut gesungen, hat alles super Ringenkart-Gitarrist, hat das Riff-Live und gemacht, also du bist so auf dich stolz und auf die Band und dann kommt kein Applaus. 35 Linedänzer unten, die halt gerade da sind, sich nur darüber unterhalten, dass sie, keine Ahnung, jeden Schritt falsch gemacht haben und gar nicht mehr applaudiert wird. Und dann denke ich mir auch, okay, da wäre vielleicht jetzt doch eine CD angebracht und keine Live-Musik, oder? Obwohl, das finde ich, also bei mir zum Beispiel in den Kurse gibt es nach jedem Lied, die applaudieren wir. Auch wenn nur von der CD? Ja. Das ist allein schon eine Wertschätzung der Tänzer gegenüber. Also ich mache das immer, dass ich einen applaudieren soll, applaudieren natürlich dann mit. Und so fällt das auch dann leicht, wenn man auf einer Tanzfläche ist. Ich glaube auch nicht, dass die das nicht wertschätzen, dass ihr das spielt. Man ist mit sich selbst beschäftigt, ganz genau so. Übrigens ist das ja in jeder Tanzstunde so, also wie gesagt, aber Tanzstudier, das war wurscht ob Ballett, Steppen, Jazz, Akrobatik, was auch immer. Nach jeder Tanzstunde wurde applaudiert dem Lehrer und der Lehrer hat den Schülern quasi applaudiert. Das ist ja so eine übliche Etikette ein bisschen, sobald man einen Tanzsaal betritt. Genau. Okay, also wir halten fest, Catalan ist auch Linedance und Linedance beinhaltet verschiedene Stile, so wie Catalan. Zweitens, Band und Tänzer sollten keine Feinde sein. Das ist kontraproduktiv, wir wollen uns annähern. Und drittens, Country Music ist cool, oder? Ja. Ich meine, ich weiß nicht, ob du die Home Free zum Beispiel kennst. Ja, die waren in Wien, jetzt von links. Ja, genau. Das ist ja, nein, leider nicht. Aber es ist ja eine Akapella-Band. Und ich finde die auch mega. Wenn du dir das vorstellst, alles ohne Instrumente. Also finde ich cool. Ja, sind für mich Artisten. Also solche Leute sind für mich Artisten. Und jeder, der die Stimme so unter Kontrolle hat. Aber ich muss auch ehrlich gestehen, wenn ich in eine Oper gehe und auch das kommt vor. Ja. Und ich sehe die Sopranistin, die im dritten Akt eh schon, ich weiß nicht, die 75. Aria singt. Und die dauert zwölf Minuten. Wahnsinn. Und in Höhen, wo du dir denkst, wie geht das überhaupt? Wie halten die Stimmbänder das aus? Auch das finde ich faszinierend. Super, ja. Also das ist ja ein Können und das muss man wertschätzen. Genau. Auf jeden Fall. Und ich kann sagen als Sänger, wir lieben das, wir brauchen den Applaus. Ja, wir brauchen das. Ja, na, 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 ja. Also deswegen machen wir auch immer sicher, wir wollen auch davon leben und unsere Miete zahlen. Aber es ist eigentlich total krank, weil, jetzt sollten wir alle zum Psychologen gehen, weil wenn man sich auf das reduziert oder von dem so zehrt. Aber es ist tatsächlich so. Also ich bin dann immer dankbar, wenn so Leute wie du dann auf der Tanzfläche sind, die dann den Applaus ein bisschen anreißen. Weil dann, wenn einer anfängt, geht es meistens. Das ist schon so. Schon, schon. Hast du denn einen Lieblings-Country-Song? Gibt es sowas bei dir? Ändert sich das? Erzähl. Ja, das ändert sich schon. Meistens, wenn ich dann einen Tanz dazu gemacht habe, dann scrolle ich wieder weiter. Wieder ein Takter gelegt, echt. Nein, das nicht, aber man hört sich halt nicht mehr so viel an, wie wenn man halt jetzt dazu Schritte finden muss. Ich erkläre das, ich überlege das gerade so um auf Männer. Ah ja. Das wäre jetzt schlecht, oder? Ja, klar. Wenn ich den gut kenne, dann schaue ich mal, was ich sonst noch sage. Nein, machen wir nicht. Wir reden nur von Songs, ja? Ich glaube jetzt zum Beispiel vor kurzem habe ich in Brad Paisley den Long Sermon recht viel gehört. Da haben wir dann einen Tanz geschrieben, Pretty Sunday, weil ich singe da im Text. Brad Paisley schon live gesehen? Nein, leider nicht. Ich habe ihn live gesehen in Berlin damals. Großartiger Sänger, großartiger Sänger und Performer, also Entertainer, der hat wirklich auch die Leute total unterhalten. Sorry, okay. Brad Paisley? Genau. In Aaron Watson zum Beispiel habe ich schon live erlebt und das war so ein ganz kleines Konzert. Also ich habe zwei mal den gehört, eine Woche vorher auf einem kleinen Konzert und dann auf einem großen. Und das war Wahnsinn. Also wenn du den da bei dem Kleinen gehört hast, das vergisst du nie wieder. Wirklich im kleinen Kreis und das war cool. Aber das heißt, du hast schon auch kein Problem damit in eine Konzertatmosphäre dich zu begeben, wo du nicht tanzen kannst. Weil das ist schon auch, glaube ich, bei den Leinen so ein Thema, dass das, wenn quasi keine Tanzfläche ist, wenn es Konzert heißt, kommt man dann auch gleich gar nicht, oder? Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber ich glaube, das liegt trotzdem an einem selber. Also ich liebe Musik, ich könnte mir das ohne Musik nicht vorstellen, auch wenn ich jetzt nicht tanzen kann, weil zum Beispiel im Auto kann ich auch nicht tanzen und da auch mal Musik auch. Weißt du, was ich meine? Also wir waren zum Beispiel, wie heißen sie, die Chicks? Dixi-Chicks. The Chicks heißen sie jetzt. Die heißen nicht mehr Dixi-Chicks. Ja, aufgrund dieser Black Lives Matter-Geschichte haben viele Bands ihre Namen geändert. Und Dixi ist ein klassischer Südstaatenbegriff, der natürlich Dixieland, so hieß ja das Land quasi, also der Süden, den wollten sie dann rausratieren, weil sie einfach gesagt haben, dass es überholt, es passt nicht mehr. Ja, es würde hindeuten auf eine Ära, die wir nicht mehr wollen, die Sklaverei und so weiter, genauso wie Lady Antebellum, nicht mehr Lady Antebellum heißt, sondern Lady A, weil die Antebellum-Ära auch, also diese Ära, das Antebellum, beschreibt genau diese Zeit von 1800, also vor 1865, wo der Krieg dann vorbei war, wo eben Schwarze, Neger, Sklaven, wie man damals ja gesagt hat, ausgebeutet wurden. Und Lady A hat auch gesagt, okay, wir sind zwar Südstaatler und wir lieben unser Heritage, aber wir wollen uns nicht so mehr identifizieren. Und deswegen The Chicks, auch die Dixi-Chicks. Aber die waren ein Wahnsinn. Großartig. In Amsterdam haben wir sie dir angeschaut, also richtig cool. Ich war in Oslo damals, glaube ich, oder Stockholm, Stockholm, glaube ich, Stockholm, genau. Ja, wir haben ja zum Beispiel bei der Hochzeit auch das Kabel Take Me Away von den Dixi-Chicks, da zum Beispiel haben sie das geheißen. Ja, also ich habe auch ein langsame Lieder. Okay, wie du das vorhin gesagt hast, habe ich überlegt, okay, wie macht sie bei einer Hochzeit? Ja, wenn du das in die Kirche einziehst und da geht es um, fiddelt dich dumm und klatscht Dings, mit in Österreich ein bisschen ein Problem. In den Staaten ist es wieder anders, gerade bei den Gospel-Geschichten. Okay, also, und hast du aktuell jetzt einen Lieblingssong? Ja, von Morgan Wallen, Everything I Love. Ich meine, da spricht mir auch schon der Titler, Everything I Love, das ist alles, was ich liebe. Erwartet man was sehr Positives, oder? Everything I Love muss was Schönes sein. Genau. Und dann hört man rein. Genau, genau. Nein, ich habe das zufällig daheim im Internetradio gehört und es ist einfach ein Lied, das anfängt wie Johnny Cash. Okay. So richtig so, ja. Und es wird aber dann, also der Johnny Cash hat ja teilweise recht, wie soll ich sagen, nicht negativ, möchte ich nicht sagen, aber einfach keine fröhliche Musik. Sehr tiefgründige Texte gehabt, ja, und hinterfragt und so. Genau, und der macht das aber so, er fängt so an und es wird aber dann ein irrsinnig fröhliches Lied. Also so empfinde ich das. Musikalisch, ja. Weil wir werden uns jetzt dann den Text anschauen, ich habe mich ein bisschen reingefreakt, es ist gar nicht so ein positiver, es ist eigentlich ein Herzschmerzsong aus der Sicht eines heartbroken Mannes, was ja komplett selten vorkommt, dass die Männer das dann auch so nach außen kehren, weil sie trinken halt dann Whisky aus. Aber in dem Fall ist es sehr, sehr tiefgründig. Du hast gesagt, das erinnert dich an Johnny Cash, ich bin ja jetzt ein bisschen bei Ring of Fire, boom, boom, boom. Würdest du das als Polka teachen oder wie würdest du den Tanz? Also so Richtungen, also so Richtungen gebe ich eigentlich gar nicht vor, also ich sage meistens, wir lernen jetzt einen Tanz, aber was das für Tanz oder für Songrichtung ist, ich meine, Walzer ist klar. Ist ja, Dreiviertel oder Sechsachtel, ja. Genau, genau, weil die Leute kennen oft gar keinen Unterschied, ich meine, das meine ich jetzt nicht besser, aber da halte ich mich eigentlich gar nicht drüber auf, dass ich jetzt sage, das ist jetzt ein Polka oder so, genau. Und ich bin auch nicht perfekt, ich habe das nicht studiert oder so, muss ich ganz ehrlich sagen, ich mache halt das, weil es mir Spaß macht und wahrscheinlich, weil ich es auch gut mache, aber so richtig, wie es das du jetzt zum Beispiel gemacht hast, dass du das alles studiert hast, die ganze Musik studiert hast, das geht mir einfach auch alles ab. Ja, aber ich glaube, dass man sich sehr viel Autodidakt holen kann und wenn man lange tanzt, kriegst du es ja automatisch, also mit rechts und links, die nennen das so, warum nennen die das so, man fragt vielleicht auch einmal du, warum, eben den Walzer, das ist irgendwie jedem klar, dass es einen Unterschied zwischen langsamem Walzer gibt, der halt im Sechsachteltakt ist und einem schnellen Wiener Walzer in Dreiviertel, ist uns Österreichern sowieso klar, weil bei uns gibt es nur einen Walzer und der ist ein Dreivierteltakt. Und die Donau muss vorkommen, nein, oder der Kaiser, aber, also ich glaube schon, dass man, dass man muss nicht studiert haben, um Musik zu verstehen. Nein, ich nicht, das meine ich auch nicht, aber ich will es ja noch dann schauen. Na gut, ich meine, beim Linden habe ich es auch nicht studiert und erkläre es ihnen. Also ich denke, für mich persönlich ist es, also das ist aber wirklich mein persönlicher Zugang, ich weiß gerne viel, also ich bin kein so ein Schwamm und sauge in mich auf, weil ich einfach ein Netz brauche, in das ich mich fallen lassen kann. Wenn mich jemand wirklich fragt, dass ich eine Antwort darauf habe und nicht dastehe wie der Letzte. Verstehe. Und deswegen weiß ich sehr viel und habe mir auch sehr, sehr viel selber angeeignet, weil in Österreich, sind wir uns ehrlich, kann man jetzt über Country Music nicht sehr viel lernen, da fehlen die Schulen. Also was ich weiß, habe ich mir auch eigentlich selber geholt und deswegen finde ich das auch so toll, wie du das machst, weil du eigentlich auch aus einem ganz normalen Leben gekommen bist, ohne Tanzhintergrund, ohne studiert zu haben oder sonst was, sondern einfach dein Herz so schlägt für das und daher auch dein Können kommt und alles, was man gern macht, macht man gut und deswegen kommen die Leute auch zu dir und deswegen funktioniert Holly's Bar in hoffentlich noch 30 Jahre. Aber wir sind komplett vom Thema abgetrifft und wir wollten uns eigentlich Everything I Love anschauen. Der Sänger, der heißt Morgan Wallen, der hat ja auch seine Karriere gestartet mit The Voice, weiß ich nicht, ob du das weißt. Das weiß ich zum Beispiel gar nicht, ja. Genau, der hat vor einigen Jahren mitgemacht bei The Voice und wurde dann gesigned in Nashville. Er klingt sehr tief von der Stimme her, ist sehr männlich, schaut gar nicht so männlich aus, finde ich, wenn du ihn siehst. Er dürfte auch ein bisschen raudig sein, habe ich nachgelesen, aber er war schon einmal wegen Trunkenheit, wie sagt man, bei uns gibt es ja das nicht, eine Erregung öffentlichen Ärgern ist es so ein bisschen, aber wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit ist er zum Beispiel schon einmal festgenommen worden und in der ganzen Covid-Zeit hat man ihn auch angeprangert, weil er, ich weiß nicht, wo ohne Maske war. Also, er dürfte noch ein bisschen Draufgänger sein, er ist noch recht jung. Aber dann ist man noch sympathischer. Er ist noch recht jung. Und deswegen erwartet man, wenn man ihn sieht und wenn man so ein bisschen seine Biografie liest, diesen Song auch nicht, finde ich. Everything I Love heißt, so wie du vorhin schon gesagt hast, alles, was ich liebe. Und wenn man sich den ersten Satz anschaut, wo er sagt, I wish I would have met you anywhere but where I did. Heißt so viel wie, also ich wünschte mir, ich hätte dich irgendwo anders getroffen, nur nicht dort, wo ich dich getroffen habe. Und man denkt sich, komisch, was stimmt denn nicht mit dem, worum geht es hier, wer ist du und wer bin ich und überhaupt. Some will high rise town that I won't ever go again. Also, ich weiß nicht, ich hätte dich lieber in einer Großstadt weit weg kennengelernt, wo ich sowieso nie wieder hinfahren würde, sagt er. Da kann man sich schon vorstellen, oje, oje, ist nicht gut ausgegangen. Es muss um meine Liebe gehen, vielleicht, oder vielleicht ist es auch die Mutter, mal schauen wir mal, oder nicht die Mutter, aber wurscht, eine Freundschaft, ja. Wish we would have rolled around in some old cab and chased them city lights. Also, ich wünschte mir, wir wären in irgendeinem Taxi herumgerollt, vermutlich am Rücksitz, ja, wenn ich mir das so antworte, und hätten die Stadtlichter gejagt. Und wir wären in den Bars gegangen, die mir eh wurscht sind, die ich eh nicht mag, wo ich eh nicht mehr hin will, genau. We were listening to one more silver dollar, hanging out in my Silverado, down a road I love to ride. Aber statt, dass wir das quasi in der Großstadt uns kennengelernt hätten, haben wir uns One More Silver Dollar angehört. Das ist übrigens, ich weiß nicht, ob du nachgeschaut hast, das ist ein Song von den Allman Brothers aus den 70er Jahren. Ach so, wirklich wahr. Die Allman Brothers sind eine Southern Rock Band, die in den 70er Jahren, so die erste Southern Rock Band, die ihre Hits hatten und groß geworden sind. Und einer der Songs heißt One More Silver Dollar. Und deshalb, kurz ausschweifen, sind auch fünf Songwriter in dem Song gecredited und nicht nur drei, die es tatsächlich geschrieben haben. Weil die zwei, die One More Silver Dollar, die Allman Brothers, die das da geschrieben haben, die sind auch mit in den Credits drinnen und bekommen auch Tantiemen zu einem gewissen Prozentsatz. Nur wegen diesem einen Satz, One More Silver Dollar, wollte ich dir auch noch kurz erzählen. Ich bin da gar nicht so hängen geblieben, weil ich habe mich so auf dem Silverado, also ich liebe Silverado, Chevrolet Silverado. Ich wollte gerade sagen, was ist ein Silverado? Ein Chevy, ein Pick-up, Pferdestärken, Amerika. Also das heißt, er sagt, wir haben uns angehört, One More Silver Dollar. Wir waren in meinem Silverado, in meinem Pick-up-Truck und sind eine Straße hinuntergefahren, down a road I love to ride, die ich urgerne befahre, eine Strecke, wo ich gerne bin, die mir gut tut. Okay, wir verstehen aber immer noch nicht, was ist jetzt das Problem? Also offensichtlich hat er jemanden kennengelernt, wo er gerne ist und das ist ein Problem. Wo man am liebsten wischen möchte. Ja, genau. Guck mal, wie jetzt. Wish I would have known that by now you'd be good and gone and you'd leave us in a cloud of dust. Und jetzt löst es sich auf, jetzt in meinem Refrain, ich wünschte mir, ich hätte das damals geahnt, dass du jetzt weg bist und uns in einer Staubwolke hinterlässt, so quasi, dass uns, damit meint er die Beziehung, also das uns. And can't you see what you're doing, girl, you're ruined damn near everything I love. Und da sind wir bei everything I love. Also siehst du nicht, was du gerade tust, was du mir andust, Mädel? Du zerstörst gerade alles, was ich so liebe. Also eigentlich urtragisch. Man denkt sich, wenn man den Titel liest, ah, schön, alles, was ich liebe. Aber dass sie alles zerstört, was er geliebt hat, allein deshalb, weil sie es miteinander gemacht haben, also all die schönen Dinge halt miteinander gemacht haben. Uh, das ist eine deep, heartbroken Geschichte. Und wenn man dann aber das Lied sich anhört und den Text ausblendet, dann würde man das nicht wahrnehmen, oder? Ja. Denkt man, hey, happy sound, feel good. Gehen wir mal weiter in die zweite Strophe. I don't care how much you're biting, I won't even crank the boat. Gut, da versteht man auch nicht gleich, worum es geht. Es ist mir egal, wie gut sie beißen. Ich würde nicht einmal das Boot starten, auf Touren bringen. Es dürfte ums Fischen gehen, ja. Also mir ist es wurscht, wie gut sie beißen, am Beißen nämlich die Fische. Ich will nicht mal rausfahren. Weil, soon as the bobber hits the water, girl, your memory starts to float. Und das sind diese coolen Doppeldeutlichkeiten, die ich so liebe an der Country Music. Er selbst ist ja auch das Boot, das nach oben gefahren wird. Aber sobald er sich quasi gut fühlt, ist sie wieder da. Und der bobber in dem Fall ist der Schwimmer in der Angel, heißt es bobber. Also sobald der Schwimmer quasi das Wasser berührt, vergeht man schon wieder die Lust, weil deine Erinnerung ist zurück. Und sie fängt an zu fließen, ja. Your memory starts to float. Wasser fließt. Also es ist sehr lyrisch. Auch dieser Happy Beats Song. Und das ist, was mich so fasziniert am Songwriting, ist diese Lyrik dahinter. Diese Doppeldeutlichkeiten. Jetzt kommen wir nämlich nochmal in so eine Doppeldeutlichkeit. Baby, why'd I'd ever take the bait and take you places that I love to go? Da sagt er, Baby, warum habe ich jemals diesen Köder angenommen? Also quasi, er war der Fisch. Und er redet aber gerade so um Fischen. Der Bait ist der Köder. Warum habe ich da reinbissen, warum habe ich mich fangen lassen? Und habe dich überall mit hingenommen, wo ich es liebe zu sein? Hell, I'll never know. Verdammt. Ich werde es nie erfahren, nie wissen, warum ich das gemacht habe. Ich kann ihm, also spätestens jetzt, ich bin ein Mensch, der gerne hilft, du ja vermutlich auch, weil du bist eine Krankenschwester eigentlich. Nein, in der Technik bin ich. In der Technik, im Krankenhaus. Aber du hast quasi so einen sozialen Beruf. Spätestens da möchte ich ihn in den Arm nehmen und mir denke, oh mein Gott, ich möchte dich trösten. Bist du arm, ja. Also, ich bin so. Ja. Okay, gut, sind wir uns einig. Gehört gerettet. Aber ich finde das Wahnsinn, was man mit der englischen Sprache, also, ja, ich weiß nicht, das kriegt man, glaube ich, in Deutschen, finde ich es nicht so schön wie in Englisch. Wirklich? Ja, schau. Also, ich verstehe, was du meinst und ich liebe es, für mich ist Englisch auch die Komfortsprache und die Doppeldeutigkeiten, Shakespeare und so, großartig, Trippeldeutigkeiten sogar, unglaublich. Aber, wenn man jetzt hergeht und zum Beispiel einen Seer-Song nimmt. Ja gut, die Seer sind wieder ausgenommen. Ach, schau. Ja, schau. Oder was ist mit Reinhard Fenrich, weißt du ein Herz, hast du wie ein Bergwerk? Ja, das sind ja alles Österreicher. Aber jetzt, in der deutschen Sprache, also wirklich Hochdeutsch, habe ich das noch nie erlebt, dass mich was so, na ehrlich, ja. Und was ist mit, du bist das Beste, das mir je passiert ist? Okay, jetzt kommst du mit den ganzen Dingen her. Jetzt habe ich heute sogar extra in Radio gehört. Wirklich? Ja. Na lustig, da schaust du dann, weil das war ein Zeichen. Also, ich glaube schon, dass es möglich ist, gute deutsche Texte zu transportieren, ohne dabei schlageresk zu wirken. Und ich glaube, das ist das Problem, wo du sagst, das wirkt sofort plakativ. Und das gibt es im Englischen auch. Weil wenn du die Pop-Songs dir übersetzt, sehr viele Pop, nicht alle, entweder haben sie gar keinen Text oder ist es so plump. Und was ich spannend finde, gerade erst vor kurzem, Anastasia hat jetzt ein neues Album rausgebracht, wo sie lauter deutsche Songs gecovert hat. Ja, das habe ich gesehen. Von Campino zum Beispiel, Toten Hosen, an Tagen wie diesen, auf Englisch übersetzt. Und da muss ich sagen, ich fand es großartig und es ist ja wurscht, was sie singt. Es wird immer großartig sein. Und der Song an sich ist toll, also musikalisch. Aber da zum Beispiel fand ich die Übersetzung für mich wieder manchmal plump. Da hat es im Englischen für mich nicht funktioniert. Aber vermutlich, weil Campino hat ja den englischen Text geschrieben, weil er kein Native ist. Ach so. Also, vielleicht hat er sich eh auch Unterstützung noch geholt von wem, aber ich sage, manches Mal sind wir da sehr schnell mit dem Urteil. Ich glaube schon, dass man einfach lyrisch drangehen muss und dann funktioniert es. Also wirklich das Innere nach außen kehren. Lass uns doch weiter in Everything I Love hineinschauen. I even took you to my hometown to meet my mama. Oh Mann. Wenn die Mama im Spiel ist bei einem Mann. Halleluja, ist alles vorbei. Ja, Halleluja. Also ich habe dich sogar mit nach Haus genommen in meine, in mein, in mein, in my hometown, Heimatort, in meiner Heimatstadt. Und habe, und habe dir meine Mama vorgestellt. Ein Drama. Die Mama. Weißt du, was du das heißt? Mama ist quasi wie verheiratet. Ja, ja. Oder? Und dann geht die. Das ist der letzte Ding, bevor es zum Heiraten geht. Ja, genau. Now I'm gonna see you every time I see that welcome sign. Das ist auch sehr tragisch. Jetzt werde ich dich immer vor mir sehen, wenn ich dieses Willkommensschild zu Hause bei der Mama ihrer Tür sehe. Dramatisch. Ich kann mich erinnern an einige meiner Trennungen und ich hatte auch so Situationen, wo ich dann im Supermarkt zum Beispiel was gesehen habe. Irgendein bestimmtes Produkt, wo ich gewusst habe, der hat das immer sehr gern gehabt. Und ich weiß noch, mein Waagell war komplett voll angefühlt. Und mir sind die Tränen eingeschossen. Ich habe das Waagell dort stehen lassen. Wirklich. Bin rausgegangen, auf der Ferse umgetreten und bin nach Hause gegangen, weil ich dieses blöde Produkt halt im Regal gesehen habe. Herzschmerz ist schon ziemlich Arsch. Ja, schon. Deswegen, wir wollen ihn umarmen. So, lass uns weitergehen. Wir sind jetzt wieder im Referat drinnen. Wish I would have known that by now you'd be gone. Also, er wünscht sich einfach, er hätte es vorher gewusst, dass das so passieren wird. Und dann geht es weiter mit I don't wanna hear one more silver dollar. Ich will den Song gar nicht mehr hören. One more silver dollar. Bitte. Draht es dann ab. Und I can take my silverado down the roads we used to ride. Das ist ja das Allerschlimmste für dich. Ja. Wenn der plötzlich in seinen Silverado nicht mehr einsteigen will und dort hinfahren will. Ja, das will man schenken. Ja, ich will den auch nehmen. Den wir an uns. Ja. Eine Woche, du, eine Woche, ich. Machen wir das so. Passt. Wir rufen ihn morgen an. Du schaffst noch. Okay. Klar, anrufen. Oh. Okay. Der Wahnsinn. Jetzt will er mit seinem Silverado nicht mehr fahren. Man will immer Silverado fahren. Dann sind wir wieder im Refrain. Und dann gehen wir raus in den letzten Vers. I can't go nowhere near the whiskey. Und das finde ich eigentlich schon wieder gut. Weil er sagt, ich kann nicht mal in die Nähe von Whisky gehen im Moment. Because you used to drink it with me. Weil du mit mir immer Whisky getrunken hast. In the bed of my truck. Also im Bett seines Trucks. Offensichtlich hat er in seinem Silverado auch noch ein Bett. Wir brauchen dieses Auto. Lilly, das checken wir. Ja, klar machen wir. And now I can't get drunk. Und das finde ich super. Und jetzt kann ich nicht mehr betrunken werden. Can't you see what you're doing, girl? Siehst du nicht, was du mir antust? Model, Mädchen. You ring them near everything I love. Also du hast beinahe fucking alles zerstört, was ich geliebt habe oder was ich liebe. Und dann wiederholt er sich. Ich meine, ich finde das dann wieder, mein Englisch ist sehr begrenzt. Ich muss auch sagen, da hast du natürlich jetzt schon wieder eigene Weise gezeigt. Aber da fühlt sich eigentlich auch jeder so, wenn eine Liebe zu Ende ist, oder? Natürlich. Und das ist aber das Coole an der Countrymusik und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum ich mich für diesen Podcast entschieden habe, dass wir sehr oft nicht auf den Text hören. Auch im Deutschen, muss man dazu sagen, weil sonst würde man zu gewissen Bands gar nicht hingehen. Brutalität, Homophobie, Frauenfeindlichkeit und ich weiß nicht, was von da oben runter gebläht wird. Also ich gehe dort nicht hin, weil mich das wirklich so tief berührt und verletzt, dann in dem Fall auch, weil ich es mit mir nicht so, ich will nicht, dass mit mir so umgegangen wird. Und ich glaube, dass die Countrymusik deswegen auch in Österreich nicht so gut funktioniert, weil wir nicht connecten können mit dem Sänger, weil wir ihn nicht verstehen. Und die Sängerin, glaubst du? Das kann sein, ja. Ist das ein Thema? Glaube ich schon. Weil gerade, viele verstehen auch gar nicht Englisch. Ja, ja. Also, ich verstehe schon, was das geht, aber so ganz genau, was das Thema rein zu eigenes Deutsch zu haben, sage ich jetzt einmal. Aber es gibt viele Leute, die singen da einfach mit, weil es ist halt schon, ich meine, zum Beispiel der Simon, der kann auch nicht mehr Englisch und singt aber schon Sachen mit, weil es einfach ein Gehör, ob das jetzt grammatikalisch richtig ist oder nicht. Und so geht es, glaube ich, für Österreicher. Simon ist dein Sohn, müssen wir dazusagen. Ja, genau, die Simon ist mein Sohn. Also, Kinder sind da total schnell phonetisch. Ja, ja. Und deswegen finde ich es auch sehr bedenklich, wenn man gewisse Art von Musik, so jungen Kids auch vorspielt, wo halt dann so Worte wie Fuck sagt, Dick, 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 Assnicker und so vorkommen, wo ich mir denke, wow, nee, 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 das macht ja was mit dir. Jedes Wort hat Energie, finde ich, und macht was mit dir. Und, ähm. Ja, aber da hat es auch der Erwachsene nicht verstanden. Genau. Finde ich halt. Genau, genau, genau. Bin ich auch der Meinung. Aber deswegen ist es für mich halt so wichtig, dass ich, dass ich in jedem, in jeder Folge meines Podcasts einen Song übersetze, damit der, diejenige, der ihn mitgebracht hat, ihn besser versteht und die Hörer ihn auch besser verstehen. Und vielleicht dann beim nächsten Song einfach einmal ein bisschen genauer hinhören und so denken, ah, das meint er. Ein super Beispiel ist, I will always love you. Das ist ähnlich wie dieser Song, den du mitgebracht hast. Ich werde dich immer lieben. Wow, was für eine Liebeserklärung. Aber der erste Satz ist, if I would stay, I would only be in your way. Und wenn ich bleiben würde, dann wäre ich nur im Weg. Ja. Deswegen gehe ich. Viert die. Und dann gibt es Leute, die wollen jetzt zur Hochzeit haben, auch von mir. Ja, die haben es aber nicht verstanden. Nein, nein. Und dann bin ich so, dass ich hingehe und sage, Leute, super Song. Ich liebe Dolly. Ich liebe Whitney. Aber ihr wollt diesen Song nicht in eurer Hochzeitsenergie drinnen haben, weil. Und dann erkläre ich den Text und dann, ach so, nein, das ist nicht, nein, nein, dann lieber was. Also, ich finde, ich bin halt so als Sängerin. Natürlich kann ich viel singen und gerne Auftragsarbeit, so wie du auch, halt irgendeinen leichten Tanz, der dich vielleicht nicht so befriedigt macht für jemanden. Aber ich sage immer, ein bisschen intelligent rangehen auch als der, der gebucht ist. Und sagen, ich finde, es gibt einen Besseren oder das würde besser euch, euren Werdegang oder so beschreiben. Aber da habe ich das große Glück, muss ich sagen, dass ich das nicht muss. Weißt du, was ich meine? Dass du Auftragsarbeiten machen musst, die du nicht, okay. Ja, weil wenn ich es nicht machen möchte, dann mache ich es nicht. Und weil wenn ich nicht mit Herz dabei bin, dann kommt auch nichts Gutes raus. So sehe ich das. Das stimmt schon. Da bin ich bei dir. Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Was würdest du dir wünschen in Bezug auf Linedance, auf Country Music in Österreich? Hast du einen Wunsch? Ja, also für mich halt jetzt immer als erstes Linedance, dass einfach die Linedance-Szene in Österreich zusammenhilft. Mehr zusammenwächst. Ja, kein Neid, weil es ist alles nur Hobby. Ich wollte gerade sagen, ja. Und es macht keiner was besser oder schlechter. Das ist mir ganz wichtig. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Also es kocht jeder nur mit Wasser. Genau, so muss ich es sagen. Stimmt, stimmt. Genau so ist es. Und es hat alles seine Daseinsberechtigung im Leben. Also jeder. Und ich finde das so großartig, wenn ich wo bin. Es ist egal, ob bei einem sportlichen Ereignis zum Beispiel, wenn der Kids oder auch schon Erwachsene gegeneinander antreten. Und der Support rundherum von den Mitstreitern so stark ist und die hoch leben lassen, quasi den Gegner. Weil sie einfach sein können und seine Leistung wertschätzen. Und ich glaube, Wertschätzung ist da auch ein großes Ding. Wie schaut es aus mit Nachwuchs? Ist das auch etwas, was du dir wünschst, dass die Jungen nachkommen? Aber ich verstehe es auch, dass die Leute, also wenn ich mir die Leidenszene ausschaue, dass da nicht recht viele junge Leute dazukommen. Weil wenn ich mir zum Beispiel Videos teilweise von Amerika anschaue, die haben einfach auch viel modernere Countrymusik. Dann zieht das natürlich auch ein jüngeres Publikum an. Also können wir konform gehen in der Annahme, dass wir nur jung werden können, auch bei der Fanseite, wenn wir junge Musik zulassen? Ja, schon. Ich meine, zum Beispiel mein Kurs habe ich eine, die ist glaube ich jetzt ein sieben oder acht, das ist die jüngste Teilnehmerin. Okay, na gut, die wird doch mit der Mama mitgehen. Ja, aber die weiß das ganz genau und die ist super. Spannend wird es so mit 16, 17, 18, sage ich, 20, wo sie dann schon vielleicht gerade ausziehen und so. Da glaube ich, weil da sind sie schon ein bisschen in ihrer Meinung gefestigt. Wenn du sie da noch bekommst, ist es super. Weil ich glaube, dass der Staub, den wir auf der Countrymusik haben in Österreich, einfach dem geschuldet ist, dass wir ihn halt auch drauf lassen wollen. Ja, sicher. War immer so, so ein schönes Lied, Jolien, bitte jetzt. Oder weiß ich nicht, Oki from Muskogee, ja, es sind super Nummern, aber kann ich damit connecten? Nein, kann ich nicht, ich nicht. Und die Lebensweise der Amerikaner, die natürlich in der Countrymusik wieder gespiegelt wird, hat sich ja auch verändert. Heutzutage ist es viel üblicher, eine geschiedene Frau zu sein mit Kindern, als es noch vor 40 Jahren war. Und deswegen, wir haben es auch nie mehr schief angeschaut, vor 40 Jahren war das anders. Und natürlich sind die Songs von damals auch daraufhin geschnitzt worden, auf die damalige Situation. Und ich glaube, dass wir da Nachholbedarf haben. Und ich hoffe, dass jeder aus meinem Podcast so hinausgeht und diese Dinge auch weiterhin austransportiert. Und wir alle zusammen mehr Junge reinholen können. Ja, gerade auch die Musicbands in Österreich. Also, wenn du auf der Festgeist, die spielen halt dann wirklich, also ich glaube auch, da kenne ich zum Beispiel den Werner Katzengruber, den mag ich voll gern. Der sagt mir dann wieder zu mir, ja, schickst mir halt Lieder, die was in Katalan tanzt werden, weil die gefallen einem selber viel gut. Weil das einfach was Frisches ist, was Neues, gell? Und der nimmt das dann in sein Programm oft auf. Und das würde mir ich zum Beispiel von den österreichischen Bands auch wünschen. Wünschen, verstehe ich, ja. Ohne, dass ich es jetzt kritisieren möchte. Ja, ja. Einfach, dass, ja, eben frisches Blut moderner werden. Ja, wie gesagt, oft passt es auch nicht in den Sound rein, die die Band für sich hat, muss man auch immer sagen. Ja, aber ich kann mich erinnern, wie wir uns gesehen haben vor einigen Wochen bei dem Vienna Lines Weekend. Ich bin ständig mit Shazam gesessen, weil ich viele Songs auch nicht kannte. Aber ich habe die dann alle Shazam gesagt, oh, wie cool, oh, wie cool, oh, ist das cool. Und die Sängerin, und wie singt er das, und warum? Und das macht Katalan aus. Ja. Weil das ist einfach, also persönlich, für frisch schöne Musik. Ja, 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 ja. Na, und das war für mich super auch, weil ich auch wieder neue Sänger, Sängerinnen kennengelernt habe. Aber ich bin da, wie gesagt, ein Schwamm. Ich will sowieso so viel wie möglich aufnehmen für mich. Ich freue mich, dass wir heute so viel über Linedance und Country Music gesprochen haben. Ja. Danke, dass ich da sein durfte bei dir in Hollis Barn. Sehr gerne. Ich hoffe, es wird 30 Jahre lang gut gehen und die Hallen füllen sich. und du musst da zubauen. Das wünsche ich dir. Ja, genau. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Danke auch dir für die Möglichkeit. Total gerne. Und lass uns gemeinsam doch groß denken. Ja, mach mal. Also, bis bald und vergesst nicht, listen to three chords and the truth. Tschüss. Three chords and the truth. Das ist Country Music. Das ist Country Music. Untertitelung des ZDF, 2020